Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier beim Amtsgericht Potsdam und ihr wisst es wahrscheinlich schon, worum es geht. Es geht um die Klage Mieter gegen Vermieter. Mieter möchte gerne eine Ladeeinrichtung für elektrisch betriebene Fahrzeuge an seinem Stellplatz installieren. Der Vermieter verwehrt dies bisher. Doch man ist heute zu einer Einigung gekommen und wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und bei mir ist Jan. Hallo Jan. Hallo. Guten Tag. Man sieht so ein bisschen Freude in deinem Gesicht. Man ist heute nach zäher Verhandlungen, sage ich jetzt mal, doch zu einer Lösung gekommen. Bevor wir aber zu der Lösung kommen, gehen wir mal so ein bisschen auf die Verhandlungen ein, weil ich glaube, das ist ganz interessant für jene, die vielleicht auch so einen Streitfall da draußen haben mit ihrem Vermieter. Du kämpfst ja nun schon seit fast zwei Jahren für eine Lademöglichkeit. Magst du mal ganz kurz umreißen, wie das Ganze angefangen hat? Ja, gerne. Also es ist ein Jahr her, dass der Gesetzgeber das Gesetz erlassen hat. Der Mieter bekommt die Erlaubnis vom Vermieter. Der Vermieter kann die Erlaubnis nur verweigern, wenn die Maßnahme unzumutbar sein sollte. Und deswegen habe ich Anfang dieses Jahres den offiziellen Antrag auf die Erlaubnis gestellt. Dann passierte nichts und dann kam es zu dieser Verhandlung. Zur Erklärung muss man sagen, als dieses Gesetz sozusagen kam mit dem Recht auf Installation, da hast du bereits schon bestimmt ein Jahr vorher immer mal wieder angefragt, dass du ganz gerne eine Lademöglichkeit hättest. Richtig? Genau, richtig. Also diese Frage war schon ein Jahr zuvor beim Vermieter. Auch da gab es keine, also es gab Antworten, die waren eigentlich ablehnend. Also im Prinzip keine Lösung. Okay. So, jetzt haben wir ja mehrere Verhandlungstage hinter uns und wir waren ja auch schon beim letzten Mal mit dabei. Ich verlinke die anderen Videos mal hier oben. Und jetzt ging es heute nochmal um die Sicherheit. Heute wurde der Elektriker, der für dich einen Kostenvoranschlag gemacht hat, der wurde heute angefragt, ob es denn gravierende Gründe gäbe, die dagegen sprechen und ob es denn Sicherheitsbedenken gäbe. Richtig? Genau. In der letzten Verhandlung hat der Richter gesagt, wir müssten nochmal genauer erläutern, wie die Installation stattfinden soll. Und dann kam plötzlich die Nachricht, es muss eine Zeugenaufnahme stattfinden, eine Beweisaufnahme stattfinden mit dem Zeugen, der Elektrikermeister, dass die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Ja. Und magst du mal ganz kurz grob umreißen, wie die Installationssituation bei dir aussieht? Ich weiß nur, Hausanschlussraum, dann geht es auf eine bestehende Kabeltrasse. Die ist im Flur, auf einer abgehangenen Decke, richtig? Und wie geht es dann weiter? Ja, also der Hausanschlussraum grenzt direkt an einem Fahrradstellraum. In diesen Räumen sind die Kabel in einer offenen Kabeltrasse verlegt und dann geht es durch den Hausflur, durch eine abgehängte Decke, hinein in den Carport. Dort ist wieder Aufputz installiert. Okay. Und gibt es dann seitens des Elektrikers irgendwo Sicherheitsbedenken oder gibt es denn irgendwo größere Baumaßnahmen, die durchzuführen wären? Nein. Die einzige Baumaßnahme ist, ein zusätzliches Loch von der Wand des Hausflures in den Carport zu erzeugen, weil alle anderen Durchführungen sind ja durch die bereits vorhandenen Kabel bereits da, müssten einfach nur benutzt werden und anschließend brandschutztechnisch wieder geschlossen werden. Was er aber der Elektromeister ausgeführt hat, was ganz normaler, ich sag mal so Tagesgeschäft ist, das entsprechend wieder zu verschließen. Weil seitens der Beklagten wurde hier so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen in der Verhandlung das Gefühl, dass so ein bisschen die Diskussion aufkommt, als würden wir hier über den Anschluss eines neuen Atomkraftwerkes sprechen, oder? Ja. Es fehlen immer Stichworte wie Starkstrom. Starkstrom, besonderer Brandschutz. Und letztendlich ist die Wallbox oder der Ladepunkt mit 11 kW, wird er versorgt. Das ist nicht Starkstrom, sondern das ist ganz normaler Hausstrom. Das ist im Übrigen die Leistung, die auch beim Herd ankommt in der Wohnung. Und deswegen sind die zusätzlichen Kabel für den Ladepunkt genauso zu betrachten, wie die bereits vorhandenen Kabel, die für die Wohnung da liegen. Ja. Und er hat ja auch ausgeführt, dass diese 11 kW an der Wallbox sogar weniger sind, als die Leistung, mit der eine einzelne Wohnung abgesichert ist. So. Und ja, das klingt ja alles erstmal sehr positiv. Das heißt, der Elektromeister hat das ja alles ausgeführt. Dann stünde ja eigentlich eine Erlaubnis theoretisch nichts mehr im Wege, oder doch? So. Ja, der Richter fragte dann, gibt es eine Chance auf eine Einigung? Das war ja sowieso von Anfang an auch mein Interesse, sich zu einigen auf die Installation. Und dann hat die Gegenseite doch tatsächlich signalisiert, es bestünde eine Möglichkeit der Einigung unter bestimmten Bedingungen. Okay, das heißt also, man hat jetzt einen Vergleich geschlossen. Und magst du den Vergleich mal grob umfassen? Also, ich kann ja so viel sagen, dir wird sozusagen die Erlaubnis erteilt, eine Wallbox zu installieren. Nicht 100 Prozent, also es ist nicht festgelegt, dass es 100 Prozent nach dem Angebot des Elektromeisters passiert, sondern in Abstimmung mit den Arbeitern sozusagen der Hausverwaltung. Ja, genau. Also der Vergleich basiert grundsätzlich darauf, dass das Angebot, was vorliegt, die grundsätzliche Installationsplanung darstellt und die Details der Kabelführung natürlich in Abstimmung mit den Haustechnikern erfolgt. Das ist die eine Bedingung, die andere... Was ja ganz kurz einhaken darf, sowieso von Anfang an deine Intention war sozusagen, ne? Selbstverständlich, ja. Und die zweite Bedingung ist die, dass ich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro zu hinterlegen habe, damit der Vermieter sicher sein kann, dass, wenn ich ausziehe, diese Sache wieder zurückgebaut wird. Dass er sozusagen nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Realistisch betrachtet, wahrscheinlich... Wie lange wohnst du jetzt schon dort? Na, ich wohne schon über 20 Jahre dort. Du wirst wahrscheinlich auch noch die nächsten 10 Jahre dort wohnen. Ja, nach, wenn ich jetzt alle Kosten zusammenzähle, die Kaution, die Installationskosten, die sich wahrscheinlich jetzt durch diese Verzögerung nochmal erhöhen werden, muss ich das ja auch nutzen. Und da macht es natürlich keinen Sinn, in einem Jahr wieder auszuziehen. Ja, und dementsprechend gehst du realistisch davon aus, dass du das in... Sagen wir mal, in 10 Jahren möchtest du wirklich ausziehen, dass du das dann wirklich zurückbauen musst? Also ich gehe ganz realistisch davon aus, dass diese Art von Ladepunkten direkt dort, wo die Leute wohnen, die beste Variante ist, weil über Nacht das Auto zu laden ist a, besser, weil in der Nacht am wenigsten Strom verbraucht wird insgesamt in einer Stadt. Dann ist es natürlich auch so, dass man immer mit einem vollen Akku losfährt, also nicht auf die öffentlichen Ladepunkte angewiesen ist. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass noch mehr solcher Ladepunkte in den Carboards kommen werden und dass ich das nicht zurückbauen muss. Im Gegenteil, vielleicht könnte ich sogar mit Gewinn wieder verkaufen. Das einzige, also realistisch betrachtet wahrscheinlich die einzige Anpassung, die über die Zeit kommen wird, ist wahrscheinlich irgendwann ein Lastmanagement, wenn noch mehr solche Ladepunkte kommen. Aber ich freue mich für dich und ich gratuliere dir, dass du da jetzt auf jeden Fall eine Einigung erlangt hast. Auch wenn das, ich sage jetzt mal, im Rahmen der Bürokratie noch eine Weile dauern wird und dieses Jahr noch nichts wird mit der Wallbox, ist es dann doch vielleicht ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk? So ein bisschen, dass da zumindest eine Last jetzt abfällt? Also definitiv, es sind zwar Bedingungen, die für einen Mieter unter Umständen nicht einfach einzuhalten sind, weil sie sind auch sehr kostenspielig. Wer hat schon 2.000 Euro in einer Portokasse, um die Kaution zu bezahlen? Dennoch ist es definitiv wirklich ein Weihnachtsgeschenk und ich werde auch den Elektrikermeister beauftragen, spätestens in der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres mit der Installation zu beginnen, weil die Erlaubnis ist jetzt gerichtlich festgeschrieben. Okay, und da muss man dazu sagen, das ist ein bisschen, man hat 2.000 Euro, man hat sozusagen 120 Prozent des Angebotswertes genommen. Man hat aber da jetzt nicht berücksichtigt, dass ja 50 Prozent des Angebotswertes bereits die Wallbox an sich sind. Das heißt also, die Deinstallationskosten werden voraussichtlich viel, viel geringer sein. Davon gehe ich auch aus. Sollte das wirklich tatsächlich deinstalliert werden, ist der Aufwand dann deutlich geringer als die Installation selbst. Okay. Dann danke ich dir vielmals, drücke dir die Daumen für die Zukunft, wünsche dir alles Gute und vielleicht kommen wir nochmal vorbei, wenn die Wallbox dann hängt und berichten darüber. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt an Jan, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Wir leiten die natürlich gerne weiter. Wir wollten euch mit dieser Serie, mit dieser Begleitung eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Blaupause an die Hand geben, wie ihr vorgehen könnt, was eure Argumente sein können, wenn auch ihr einen unwilligen Vermieter habt. Das soll kein Aufruf sein, grundsätzlich seinen Vermieter zu verklagen. In erster Linie sollte man natürlich immer versuchen, mit seinem Vermieter zu sprechen, was du ja auch getan hast. Und vor dem Hintergrund bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn nicht, gebt uns einen Daumen nach unten, dann schreibt aber auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr eben nicht solche Videos verpasst, wenn es wieder von uns ein neues Update zu einer WEG gibt oder zu einem Mieter oder was auch immer, der sich ganz gerne eine Ladestation installieren möchte. Und ich möchte mich bedanken für die Begleitung von euch, für die Unterstützung von euch, und ich wünsche allen E-Mobilisten viel Kraft, viel Spaß auch beim Fahren und macht's gut, einen schönen Jahreswechsel und bleibt gesund. Danke, bis dann, ciao.